Oh Gott, wir werden abgeschossen. Was ist denn hier los? Die Rüstungen vom Anfang. Sie existieren wirklich. Walküren, schießwütige Schurkinnen. Ich hoffe, das ist so okay. Genau. Die haben dieselbe Ability wie Rabbit Yoshi und haben ein Maschinengewehr. Ach ja, bei Teamsprüngen können die noch was ganz, ganz Tolles. Kann Yoshi das auch? Ich werde mal gucken, wie Yoshi jetzt so drauf ist, ob der das gut gemeistert oder nicht. Ihr seht, da gibt es einen großen Unterschied, ob er viel Schaden hat oder gar nicht. Aber er hat jetzt gut Schaden gemacht. Da können wir die erste Valkyrie schon rausnehmen mit. Machen wir sogar. Tschüss. 50% Chance, dass wir die treffen, nutzen wir natürlich aus. Es war so klar. Es war so klar. Das probieren wir auch mal aus, ob das gut funktioniert. Die Eierschale. 90% Bewegungsschaden. Habe ich das? Ja. Bei ihr müssen wir halt noch ein bisschen gucken. So. Jetzt müssen wir aber mal da gucken, ob das auch funktioniert. Punkt. Doppelschuss. Zack. Runter von der Map. Runter von der Map. Lebt aber noch. Nein, ist raus. Block ist weg. Ganz wenig Schaden, ihr seht. Also die Eierschale von Rabbit Yoshi ist wirklich krank. Zumal sie doppelt funktioniert jetzt. Springen wir mal hier rüber und stellen uns da hin. Mario muss auch hinterher. Und die haben dasselbe wie Peach, diesen Protektor. Sie können sich gegenseitig supporten und den Schaden teilen. Sonst kann er sowieso kein treffen. Also probier's. Aber der Block ist kaputt. Ne, die Bombe wäre jetzt doof. Yoshi kann noch laufen. Dann komm mal her, Yoshi. Und stell dich mal hier hin. Genau. Ne, man sieht ja als halber die Blase an. Auch wenn die jetzt hier nichts bringt. Doch, tut sie. Hat sie. Weißt du, Fifi, die wollen alle drei gleichzeitig. Genau, das ist eine Stampfattacke wie Mario. Seht nur, dass sie auch ohne Gegner funktioniert. Diese Stampfattacke besitzt noch jemand anderes. Doch, ich stelle mich. Ne, ich stelle mich da hin. Ich stelle mich da hin. Tschüss. Stärchen. Rüberspringen. Und die beiden überraschen mit der Bombe. Ah, die Bombe wird geschwächt, klar. Der Schaden teilt sich hier auf. So, dann ist der schon mal weg. Mario kann hier rüber hüpfen. Und schießt auf die rechte Valkyrie, weil 50 Prozent. Lieber schießt auf jemanden, den ich wirklich treffen kann, wie auf jemanden, den ich überhaupt gar nicht treffen könnte. Zack. Jetzt sind die anderen mal dran. Die dürfen auch mal. Ähm. Ja. Schießen auf Mario. Ja, auch mit einem Sprung. Ich bin abseits. Yoshi. Du hast die Ehre mitzukommen. Zu springen. Und ich... Hier hinzustellen. Genau. Rubel Peach stellt sich da hin. Und dann haben wir eigentlich gewonnen. Wir haben gewonnen, doch. Es tut mir leid, meine Freunde, rings und her. Aber wir haben gewonnen dafür. Zwei auf einen Streich. Schlacht gewonnen. Sollt ihr den Mauszeiger nicht immer auf der Rack-Taste haben. Nachher hört ihr Rack... Also klicke ich aus Versehen. Oder klickt der Mauszeiger aus Versehen. Dann wird die Aufnahme nicht so gut. Direkt der nächste Kampf mit einem Grobian. Ich sehe ihn schon, da oben. Mal gucken, ob sich das ergibt. Äh, äh, kämpfen. Praktikkamera. Ich sehe hier Boohoos. Besiege einfach... Einfach alle Gegner. Okay. Dann wird sich hier hingestellt. Dann wird hier rüber... Dann wird hier rüber gegangen. Sich da hingestellt. Dash. 60 Schaden mit einem Dash. Mario, du bist ja gut. Yoshi. Kommt auch mit rüber. Also soviel ich weiß, Yoshi scheint weiterlaufen zu können als Mario and the other. Er stellt sich einfach... Nee, hier ist ein Boohoos. Ich will hier gar nicht so stehen. Yoshi haut direkt ab und geht weiter. Und stellt sich zu der Wahl... Wie groß ist denn die Stage? Ja, sind mir zu viele Boohoos. Okay, ist egal wo ich stehe. Und stellt sich von mir aus dahin. Dash. 40 macht er auch, okay. Es ist, glaube ich, sogar der beste Charakter im Spiel. Rabbit Yoshi. Und er kann halt auch einfach immens weit laufen. Ihr seht schon, ein Gegner jetzt nur dadurch KO'd. Weil wir ihn gedasht haben. Zu dritt. So viel Schaden machen wir schon. Insgesamt 160. Keine Ahnung, warum ich da jetzt gesprungen bin. Ähm, nee, das lasse ich Mange machen. Ich würde stattdessen... Ja, lass uns das probieren. Wir schicken die Bombe zum Grobian. Machen die Helden sich dann. Und schießen erstmal den kaputt, ja. Fang! Und Yoshi kümmert sich darum. Und Schutzblase. 90% Waffenschaden. Und 100% Bewegungsschaden. Hm. Er ist raus. Jo, mit einem Schuss. Wir müssen hier mal ein bisschen... Den guten supporten. Alles gut, ich hab kein Problem da auch, wenn er mich abschießt. Nee, Mario, 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 doch, Mario. Bitte lass dich von geilem Geist catchen. Ach komm, Mario! Ach komm, Mario! Nee. Okay, erstens kann er noch dashen und zusätzlich kann er noch hierher springen und dann diese Valkyrie nach oben zu malträtieren. Also hoffe ich zumindest, dass er das auch tut. Okay, schieß auf den, mach den raus. Mario wird jetzt sowieso randomly teleportiert, deshalb ach komm! Okay, jetzt wird Mario weg-teleportiert. Wow! Wie cool! Er hat mich immer näher zur Valkyrie teleportiert. Wie schießt er auf Yoshi? So, sie springt. Hier hin. Und schießt hoffentlich den Block kaputt. Oder ich nehm die Bombe. Ich hab keine Ahnung warum ich immer drücke. Nee, das darf Yoshi machen. Der stellt sich gerne mit so raus. Win! Yes! Sehr schön! Drei von vier Zügen. Perfekt. Gut. Ja. Yoshi wird auch geheilt. Gut. Ich mag den. Ja. Wieder Geld, dann werden wir jetzt sofort auf jeden Fall Mario seinen neuen Hammer kaufen. Also vor einer neuen Schlacht halt. Aber wir müssen vorsichtig laufen. Nicht, dass wir einfach so randomly in eine reinlaufen. Bah! Und was ist, wenn sie sie fangen? Tun sie ja nicht. Oh, eine Katzin. Du meine Güte, seht mal hoch. Es sieht nicht nur gruselig aus. Es klingt nun auch schrecklich. Der Megabug. Nun, ich glaube nicht, dass es uns auf eine heiße Schokolade und Kuchen einlädt. Ich denke vielmehr, dass es uns genau zum Gegenteil einlädt. Was auch immer das sein mag. Ich habe das Gefühl, es beobachtet uns und wartet ab, während es an Stärke beginnt. Ein Grund mehr, so schnell wie möglich zu Herrn Tom fahren zu gehen. Gute Idee, holen wir den. Der wird also alles beenden. Der ist cool. Eine Chest mit einer Tarot-Karte. Und zwar Liebe macht blind. Hier wird es ziemlich düster. Wir kommen zu dem Abschnitt. Nice. Einfach nur den grünen Button aktivieren. Danach weg. Grün, the color of future. Grün, 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 grün. Grün, 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 grün. Ich werde jetzt keine großen Kisten oder so mitnehmen. Ich werde einfach gucken, dass ich den grünen Schalter aktivieren kann und dann... Nee, halt, 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 halt. Geh nochmal nach da. Wo konntest du runtergehen? Hier, bei der Röhre. Ja. Welchen Schalter müssen wir hier aktivieren? Gelb. Wir müssen Gelb noch aktivieren. Hier kommen wir aber sonst nicht raus. Okay. Ist hier vorne ein Schalter gewesen. Ja, hier ist der Rote. Aktivieren wir den doch mal. Der öffnet uns... Ah! Der öffnet uns ein komplett neues Areal. Das wir, schätze ich, auch brauchen werden. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Auf diese Folge fertig. Oh, was für ein großer Dornbusch. Hoffen wir mal, dass wir uns da später nicht noch durchkämpfen müssen. Tja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ähm... Das sieht mir hier wie ein Weg aus. Wir stehen mir nicht durch... Und hier hast du noch nicht gelernt, wie man das macht. Okay. Ähm... Hier kommen wir durch. Und das bringt uns nicht... Hier kommen wir durch. Das bringt uns nach da oben gehen können. Ja. Nur mal etwas. Hm... So. 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 Und hier haben wir eine Kiste. Ähm... Eine Kiste, sag ich schon. Einen Knopf. Heute habe ich es aber auch mit meinen Knöpfen. Dafür können wir das hier aktivieren. Und kommen nun zu unserem heißgeliebten Grün. Uns fehlt aber noch... Eine Statue. Wie es vielleicht hier nicht gibt. Aber... Hier gibt es stattdessen... Eine Tagrotkarte. Turm zum Wabeln. Da hoch. Da hoch. Die entlang... Ist immer eine Küste. Ist immer eine Küste. Ach, wir sind hier. Okay, okay, okay. Ich weiß, wie wir da hinkommen könnten. Sagt er und läuft falsch. Nein, wir müssen hier wieder hoch und dann nach oben halt rechts. Also halt von der... Von der Sicht jetzt rechts lang. Keine Ahnung, wo oder wie wir da rechts kommen. Aber wir müssen nach rechts. Hier geht es auch nicht rechts, gell? Nee, langsam. Ich glaube nicht, dass es hier noch weiter geht. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich den Tower da drüben benutzen. Stimmt, wir haben das Rot aktiviert. Das heißt, das müsste jetzt offen sein. War das hier? Äh, ja. Wir haben doch Rot aktiviert. Vielleicht läuft es auf noch ein anderes Rot hinaus. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich ziemlich verzweifelt bin. Hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Ja, wir sind nämlich doch die Münzen noch nicht angesammelt. So, hier können wir auch zur Kiste. Powerkugeln, wie viel? Fünf. Wenig. Aber okay. Und jetzt da vorne rechts auf die Kiste. Oh, die Statue holen. Heute habe ich es aber auch mit meinem Deutsch. Jetzt nur noch einmal um den großen Dornbusch herum. Und grün aktivieren. Oh Gott. Und damit Kapitel 7 freigeschalten. In das wir vielleicht sogar noch reingucken können. Jeder Schatz hat seine Stachel. Da scheint es einen Kampf zu geben. Das heißt, das machen wir beim nächsten Mal. Speichern. Hat das gerade gespeichert, als wir da durch sind? Warte, wenn wir hier hingehen, dann speichert das doch. Genau. Zurück zum Pilzpalast. Genau. Weil jetzt hat es gerade gespeichert. Dann sollte das funktionieren. Denn das war die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Wir haben jetzt 23 Uhr. Ich habe heute 20 Folgen aufgenommen auch. Keine Ahnung wie viel, aber gut wieder. Dann verabschiede ich mich. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat es gefallen. Wenn es uns mal nächstes Mal wieder, vergesst nicht, das Video zu liken, was euch gefallen hat. Das mit euren Freunden zu teilen. Einfach weiterschicken und so. Am besten noch abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.